Hallo, mein Name ist Philipp Schur, ich bin Bereichsleiter bei der Mainz Square AG für das Thema KI-Beratung und ich darf Sie herzlich einladen zu unserem Networking-Event am 10.12. in Frankfurt, wo wir uns zum Thema widmen, künstliche Intelligenz, konkrete Mehrwerte hinter dem Halb. Freuen Sie sich auf ein spannendes Networking-Event, wo Sie sich zum einen natürlich mit anderen KI-Managern, KI-Interessierten, IT-Leitern oder eben einfach inspirierten oder interessierten Personen aus der IT-Branche und anderen Branchen austauschen können zum Thema künstliche Intelligenz. Und zum anderen wollen wir ihm in diesem Event spannende Vorträge bieten. Zum einen darf ich dieses Event dann starten mit einem Vortrag zum Thema KI-Strategie, KI-Adoption und Mehrwerte. Was bringt es einem Unternehmen überhaupt, auf KI zu setzen? Und zum anderen wird mein Kollege Sebastian Essling Ihnen dann noch etwas zu den Top 3 Use Cases, die jedes Unternehmen eigentlich gerade mit KI verfolgt, erzählen und da ein bisschen mehr aus der Praxis berichten. Abrunden werden wir den Tag dann noch mit interaktiven Workshops, die wir Masterclasses immer nennen. Das bedeutet, Sie können entweder mit mir gemeinsam eine Roadmap für Ihr individuelles Unternehmen aufbauen oder mit meinem Kollegen Sebastian Essling ihren ersten KI-Prototypen entwickeln. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie in Frankfurt begrüßen darf und wir dann eben uns dem Thema KI auf einer praktischen und informativen Ebene nähern können. Bis dann!